So, jetzt muss ich den Deckel nicht mal haben. So. Der Ladebildschirm lässt sich aber Zeit. So, endlich. War doch Zeit. So, wir haben gewonnen. Und tschüss. Und wir besetzen die Stadt und er erhöht nochmal seinen Rang. Das hat er sich auch hoch verdient. Und wir sorgen mal dafür, dass er ein General wird mit der entsprechenden gestiegenen Autorität. So, erstmal muss das natürlich umgerüstet werden. Alles auf römische Einheiten. Das ist natürlich Landwirtschaft. Das ist natürlich nicht schlecht. Stufe 3. Was ist das hier? Ebenfalls Landwirtschaft. Und das auch. Wir können ja gar nicht alles umrüsten. Wenn ich das umrüste jetzt... Kann ich das nur noch abreißen. Also. Hof, vielleicht könnten wir den lassen. Wir haben nämlich jetzt dadurch viel Nahrung. Also die Pferdezucht, das bringt wenig. Da hole ich jetzt mir mal den Ziegeltrein-Ofen. Die Taverne, das könnte man umrüsten zu einer Gladiatoren-Schule oder zum Archiv für mehr Forschungsrat. Das mache ich jetzt auch. Und das Ding hier, äh, weiß ich nicht. Und das lasse ich so, wie es ist, glaube ich. Denn 8 Nahrung nehme ich jetzt einfach mal mit. Und ihr steht an der Grenze und seid glücklich und wartet, bis die Verfolger der Gamma irgendwie antreten wollen. Und mit den Cercetanern müssen wir jetzt eigentlich gute Beziehungen haben. Sie. Wir haben bereits dieses und jenes. Lasst uns Brot brechen und Bier trinken. Ehe uns Worte... Und Regeeter flüstern mir, dass ich euer Angebot ablehnen muss. Na gut. Ist ja in Ordnung. Aber schön finde ich das nicht. So. Die Prakte wird dementsprechend jetzt, äh, generalüberholt. Die lateinische Kultur wird sich hoffentlich durchsetzen. Oh ja, langsam, aber... Ne, mit ordentlichen Schuben. 5,7 ist ein ordentlicher Schub. Und hier sind die... Ach, solange ich das noch habe, diese eine Reiterfamme, können wir das auch aufrüsten. Verbessern. Was bringt denn das Waffenschaden? Äh, äh. Sind die vielleicht schneller? Ja gut, ist auch egal. Äh, schneller sind die, glaube ich, oder? Ah ja, plus 10% Geschwindigkeit. Das steht hier noch nicht dabei, glaube ich, Geschwindigkeit. Genau, das muss man nur sozusagen sich dazu denken. Ziegelbrennofen bringt 400 Wurzeln durch Industrie. Boah, das ist ein ordentlicher Batzen. Hm. So, noch irgendwelche Nachrichten. Das ist klar. Und den Frieden haben wir auch verhandelt. Siedlung erobert, Bibrakte, logisch. Habe ich ja selbst erlebt. Und dann können wir auch schon in die nächste Runde, glaube ich. Mal gucken, was die Affären da so machen. Scheint keine wirklich starke... ...Nation mehr zu sein. Oder die ganzen Armeen stehen im Norden und kommen jetzt auf uns zu im Süden. Das werden wir gleich sehen. Die Affärener ziehen jetzt. Und sie verpissen sich. Ist auch besser für sie. Mal sehen, wohin. Wir haben jetzt zwei Agenten und sind dadurch ziemlich gut bei der Aufklärung. Und, äh. Nein, liebe Ira, das ist klar. Immer noch nicht. Ich habe ganz andere Sachen vor. Und auch die Garamanten werden das in diesem Leben vermutlich nicht mehr bekommen. Also da können die noch so oft ankommen. Nein, ich will das nicht. Okay. So, die anderen sind durch. Die Wolze rücken auf. Und sie wurde entdeckt. Ach, Armino mal wieder, natürlich. Erdbeben. Das ist so klar. Das ist Rache der Götter. Ach, hör auf, du. Natürlich. Dann gönnt sich ja sonst nichts, ne? So. Den haben wir entdeckt. Und hier sind Söhne des Brennus und Verfolger der Gamma. Und neben Mossos wäre unser nächstes Angriffsopfer. wir rücken da entsprechend drauf vor. Ihr erholt euch erstmal noch und du guckst dann mal in diese Richtung. Cenabum gehört zwar zu Celtica, aber auch die Regionen Celtica müssen wir irgendwann erobern. Logisch. Und um das mal ein bisschen vorzubereiten, sabotieren wir das Ganze mal. Und zwar könnten wir doch schon mal die Hauptstadt in die Luft jagen. Niemand wird meiner Anwesenheit bemerken. Oh, ich... Oh, du blöde Kuh. Die ist so unfähig. Und hier haben wir Piktonen und... Ne, wollten sie. Piktonen müssen wir vielleicht mal umbringen. Oh, der scheint aber gut zu sein, oder? Ja, dann lieber nicht. Vielleicht kannst du General umlegen. Verräter anwerben, sieht gut aus. Und wie ist das hier? Bei ihm? Literersabotage. Attentat. Literersabotage vielleicht. Ne, der kann es ja fast schon besser den hier umbringen. Mit dem Verräter. Und tschüss. Feind verbundet. Dann müssen wir jetzt mal einen neuen General finden. Genau. So, wie Bracktel. Hier haben wir eine neue Form frei. Und hier tendiere ich ja auch zum öffentlichen Forum. Allein schon, um die öffentliche Ordnung dann langfristig auch zu heben. Denn das darf man sich nicht von täuschen lassen von dem plus sechs. Das ist nur, weil das Militär hier und die Charaktere so stark sind. Wir werden auch hier früher oder später natürlich einen Gladiatoren-Dingsbums brauchen. Wir brauchen. Braun, sag ich schon. Deswegen. Die Bibliothek ist für die Forschung und das ist dann für die öffentliche Ordnung. Und hier rücken wir weiter vor. Logisch. Hier ist jetzt öffentliche Ordnung minus drei auf einmal. Verstehe ich gar nicht. Die kulturellen Unterschiede nehmen wir immer ab. Noch sind sie minus acht. Lateinische Güte verbreitet sich halbwegs schnell. Was können wir denn noch tun hier? Was ist denn hier, was die Leute ärgert? Zielbrennofen ist Verarmung. Haut natürlich sehr, sehr stark rein. Sklaven, Instabilität. Das wird alles weniger Sklaven, weniger kulturelle Unterschiede, Instabilität. Also ich denke, das wird bald vergessen sein. Ja. Baubericht. Choria, genau. Octodorum. Deswegen ist das Ganze passiert. Aber es sorgt eben für mehr Nahrung. Und Libion ebenfalls. Deswegen haben wir jetzt wieder 18 Nahrungspunkte. Wir haben jetzt drei Viehställe. Und entsprechend gut sieht das hier auch aus. Pergamons, Verrea, das ist uns erstmal herzlich egal. Syrakus. In Cousencia könnte man auch nochmal Nahrung sozusagen, also die zweite Nahrungs-, das zweite Nahrungs-, das zweite Nahrungsgebäude hin basteln. Alternativ natürlich noch irgendein Tempel. Wie sieht's hier aus mit Magna Gretia? fünf, kurz vorm sechsten. Und Rom vier, kurz vorm fünften. Alles klar. Ja. Gut. Und in der Afrika entsprechend fleißig gebaut. Nächste Runde ist auch die Gladiatoren-, äh, das Amphitheater, Entschuldigung, pünktlich fertig. Und, äh, ich mache dann auch gleich mal weiter. Unsere Truppen müssen erstmal regenerieren und hier auch noch weiter vorrücken. Und dann ist Nemossos unser nächstes Ziel. Die Feinde haben eine fünf Einheitenstarke und eine zehn Einheitenstarke Armee bei Nemossos. Hm. Und dann nehmen wir sozusagen zwei Provinzen parallel ein. Celtica, das ist diese mittlere und nördliche Provinz, passt bloß auf. Wir, du hast die mich jetzt gestoppt. Und eben die Averna. Und ich hoffe, dass die Volzee uns nicht zuvorkommen. Denn mit denen haben wir kein Militärbündnis. Das heißt, wenn die Nemossos erobern, würde das nicht zählen bei uns als Region, die wir kontrollieren. Dann müssen wir erst für teuer Geld oder so mit den Volzee ein militärisches Bündnis schließen. Äh, okay. Hättet ihr nicht etwas Wollt für mein Volk übrigens? Das kann man mal. Ruhe im Osten ist gut, um hier im Nordwesten voranzukommen. Das dauert jetzt etwas. Aber die Piktonen sind, glaube ich, da noch mal dran. Das ist unser zweiter Gegner. Bei jetzt vielleicht P kommt, ich sehe sie schon. Pergamon, da kommt irgendwas anderes und dann kommen Piktonen. Persien, Piktonen machen aber erstmal nichts oder nichts, was uns jetzt in dieser Runde direkt beeinflusst. Die Volzee verziehen sich. Ja, irgendwie so. Mal gucken, was passiert ist. Alles war ein bisschen unklar. Ja, sie wurde entdeckt. Und, äh, wurdest du behindert? Nein, wurdest du nicht. So, der versucht, oder? Versuchter Militärumsturz. Schluck fehl. Alles klar. Xenophil. Ja, das ist zwar, das ist gut für ihn, wenn es ihn trifft. Und die Autorität braucht er eh nicht so. Er braucht aber die Zolleinkommen, weil dieses Globalgut. Also, römische Kolonia in Bibrakte. Das freut mich außerordentlich. Und natürlich, was mich noch viel mehr freut, ist das Amphitheater in Katargo. Und deswegen wird es auch gleich aufgerüstet zur Gladiatoren-Schule. So, Krieg erklärt. Tordetaner und Garamanten. Das ist mir erstmal egal. Für uns ist wichtig, dass wir hier Nemossos uns als nächstes schnappen. Das sollte kampflos gehen. Also, was heißt kampflos? Die Garnisonsarmee ist kein sonderlich starkes Gegner. So. Sehr hohe Siegschance. Das war brutal. Und rücksichtslos. Aber wir haben es geschafft. Wenig überraschend. Nemossos gehört uns. Und wir setzen das Ganze. So, es wird umgerüstet. Hier haben wir Gold. Oh, das bringt richtig was. Vor allem Wohlstand in der Industrie. Sehr schön. Dann haben wir hier eine Viehweide und ein Wässerungskram und damit ordentlich Nahrung. 26 Punkte und es wird auch noch umgerüstet auf die römischen Werte, dass wir es auch noch später aufrüsten können. Die Wulze schicken die Schwerter zu Segumo. Dann haben wir die Averna mit den Söhnen des Brennus. Nochmal Wulze mit Schwerter des Ruhms und die wilden Korriganten. Aha, also Limonum haben wir sozusagen offensichtlich auf dem Kika. Das gehört aber mit den Piktonen. Da müssen wir jetzt mal eben kurz gucken, ob die Wulze mit den Piktonen überhaupt Krieg haben. Haben sie. Denn die Piktonen haben auch mit den Averna gar nicht Krieg. Die haben nur mit den Sequanern und Piktonen und den Celtiki. Die sind schätzungsweise hier oben. Dann haben die Averna jetzt nur noch eine Region, oder?